Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Belfast The Order of Dawn. Quietsch, ja, episches Quietschen am Anfang. Und wir gehen jetzt diesen Weg runter, um, äh, weiter die nördlichen Windwallberge, ähm, von Untoten zu säubern. Weil diese, ähm, Untoten sind doch schon eine rechte Plage. Und, deswegen werden wir jetzt erstmal den Knochenstreiter auslöschen. Tötet die Spinnen! Und euch überwältige ich, oh, ihr schaut in meine Richtung. Ups, Frostskelette. Lass mich raten, die haben, ähm, die haben Eismagie drauf. Werden wir ja sehen. Okay, dann werden wir euch mal von vorne nehmen und... Oh, ein Seelenfels, cool. Ja, Eismagie. Nicht die Hüterin. Oh, egal. Oh, eine Heilerin ist tot. Egal. In die Schlacht, zu den Böden. Vorwärts, in die Schlacht. Alle gleichzeitig. Das überlebt selbst ein Untoter nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Und, oh, 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 oh. Eine schöne kleine Welle. Oh. Mist, wir sind nicht da. Egal, ich gehe nochmal zurück. Tötet die Untoten! Komisch, in jedem Spiel muss ich irgendwelche Untoten ermorden. Pflanzen gegen Zombies. Spellforce. Zelda. Komm, irgendwann auch noch welche. Äh. Bei Pokémon wüsste ich nicht. Nur halt Geist-Pokémon. So. Geschäfte Ork durch. Brauche ich nicht. Ich nehme lieber meinen Eisstab. So. Seelenfels aktivieren. Saphira. Wo bist du? So. Und weiter nach unten geht's. Ja, ich gehe jetzt mal hier lang, weil hier sind Spinnen. Oder nein, genau. Hier ist erstmal das. Hier unten müsste schon zum nächsten Portal gehen. Aber jetzt erstmal die Barriere durchbrechen. Ich weiß gar nicht mehr. Wo geht's zu den Spinnen? Geht's hier oben lang? Okay, jetzt ist es spät. Zielschuss! Los! Los! Oh, eine Windschützung ist gestorben. Ja. Ja, Tatsache. Hier ist das große Lager vor dem Portal. Das werde ich gleich mal auslöschen. Tötet sie alle! Sie sind nicht würdig, als Untote zu leben. Oh Gott, das sind viele. Oh, wo sind die? Ah, wo sind die hier? Vergiftet es! Okay. Los geht's. Ab zum großen Lager. Ja, da ist es. Hier war doch ein besonderes. Da! Aschengräber. Da ist ja ein Knochenschütze. Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Aschengräber und Kishan. Kishan. Was hat das eigentlich mit diesen Seelensteinen auf sich? Ich hab jetzt Angst gegen Seelensteine. Was soll ich damit? Naja, ich geh ihn und mal noch drauf... Oh, Scheiße! Scheiße! Schmerzbringer. Ich bringe auch Schmerz! Wumm! Natürlich hat das nichts gebracht. Oh, weh... Oh, sind die schon da? Da ist Kishan. Scheiße. Alle auf Kishan erst mal. Äh, auf Aschengräber erst mal. Oh! Meine schönen Elfen werden hier alle niedergemacht. Ist... Ist der jetzt tot? Kann ich jetzt endlich Kishan töten? Tötet Kishan! Ah, Aschengräber ist tot. Gut. Aha! Questbuch! Geht euch, Schwestern! Hä? Was geht da oben vor? Die laufen! Die laufen los! Warum laufen die los? Oh Gott, ein Schmerzbringer! Stirb! Vergifte! Yeah, cool! Oh, das ist der Gifte. Du stirbst. Oh! Zwergeneinheiten! Miliz, Wachmann, Steinbruch, Miene, Schmiede. Cool. Was ist das? Aschengräber. Beißer, Graustotem, Rune für Zwergenarbeiter, Priesterin Noemi, Kishan. Windstahlstreitkolben, Windstahlbrustplatte, Rune für Elfenarbeiter. Yay! Das ist ja mal cool. Die Rune kann ich noch nicht einsetzen. Priester Martikus, Priesterin Noemi. Tschüss, Martikus und die Zwergenarbeiter, Rune erstmal einsetzen. Sehr cool. Oh, und da ist noch eins. Hallo. Hallo, Windschützen, geh da mal weg. Ich möchte den... So. Ähm, okay. Erstmal die Pläne einordnen bei den Zwergen. Miliz, Wachmann, Steinbruch, Miene, Schmiede. Okay. Frostbringer, Wanderin, Schule der Alten, Eismagierin. Yay! Ich habe sie, ich habe sie. Sehr schön, Wanderin. Das ist eine Fernkampfeinheit, wo man Eisen braucht. Und Eismagierin. Endlich habe ich sie. Ähm. Ah, den Frostbringer. Für den Frostbringer war das kleine Haupthaus. Na toll, jetzt muss ich alles umordnen. Ach, wie blöd ist das denn? Plupp. 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 Ich glaube, ich tue das mal direkt neben den anderen Turm. Das ist immer gut. Plupp. Halt. Dann mache ich sie nur so. Plupp. Haha. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, ich sollte noch auf den Hauptmann warten. Hier geht's runter zu den Spinnen. Dann warte ich noch auf den Hauptmann. Und ja. Oh. Ich kann inzwischen mal meine Leute auffüllen ein bisschen. Ich könnte jetzt eine Wanderin bauen. Oder schnell eine Schule der Alten hin klatschen. Ne, die Eismagierin zeige ich euch erst auf dem nächsten. Aber ich könnte, ähm, ähm, Eisenlager, Frostpanzer. Jupp. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ähm. Und noch zwei Heilerinnen und eine Windschützin und äh, zwei Hüterinnen, würde ich sagen. So. Die sichern jetzt das Portal, weil da kann ich ja noch nicht durch. Wegen der Blockade. Hm. Hauptmann. Äh, General. Genau. Er ist ja ein General. Sollte man nicht vergessen. Ich könnte jetzt euch alle auslöschen. Uahahahaha. Nö, mach ich aber nicht. Ich bin nicht so gemein. Moment. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Ah. Felsenspinne. Felsspinne. Da. Die brauch ich. Das ist eine besondere Spinne. So, General. Du Utrana. Hallo. Ich will mit dir labern. Was gibt es? Das Portal ist jetzt sicher. Gute Arbeit. Wir werden das Portal halten und weitere Angriffe zurückschlagen. Runenkrieger. Ohne euch würden unsere Köpfe auf ihren Schwertern stecken. Lord Jonir wird hochzufrieden sein. Sucht ihn auf. Ihr wollt doch sicher eure Belohnung in Empfang nehmen. Eine Belohnung? Marcia sollte jetzt auch Zeit für euch haben. Runnenfels stellt euch offen. Belohnung, das ist doch wie Musik in meinen Ohren. Ja. Aber erstmal werde ich natürlich noch auf der Karte hier ein bisschen rumeiern. Ha. Passt genau. Bäh. Weil nämlich hier rechts gibt es noch eins. Ein Portal. Äh. Ein Portal. Eine Lacher. Da müsste auch noch ein besonderes Skelett sein. Also ein besonderer Untoter. Wie gesagt, Lord Jonir werde ich erst aufsuchen, wenn hier alles abgegrast wurde. Ähm. Beeilt euch mal. Die Wanderrinnen brauchen leider ziemlich lange. Dopp-de-do. Moment, was macht dieses Upgrade? Schaue ich mal nach. Ähm. Wanderin erhält den Zauberspruch Eisschild, einen Eisdeutsch sowie hohe Resistenz gegen Eismagie. Yeah. Voll cool und so. Ah, das geht natürlich wieder schneller. Das ist sehr gut. Die müsste auch schnell gehen. Mh. Nicht so schnell. Aber mit 50 Einheiten kommt man da gut durch. So. Yeah. Eisdolch. Cool. Die Hüterinnen gehen auch ziemlich schnell. Schule der Alten. Oh. So. Ihr geht jetzt hier hin. Aber weh, ihr geht durch das Lager an den Knochentürmen vorbei. Ähm. Ich warte dann, bis sie gekommen sind. Aber ich beende das Video hier jetzt schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.